Zum Geburtstag bin ich eingeladen bei der Thea. Sieht gut aus, sie. Hast gesehen was? Herr Lichten, soll ich das laut sagen? Sie trägt kein W. Hast gesehen, die Dane, die lacht. Hat die schöne Zähne. Hey du, gibts ja auch in Weiß. Was haben Sie für eine Stimmlage? Wirklich? Ja. Und Sie? Geh. Sind Sie sicher? Ja, ja.